Wir empfehlen oder ich empfehle immer, dass der Patient ohne Kontaktlinsen zu dem Erstgespräch kommt. Währenddessen kann ich sofort objektiv seine Brillenwerte ermitteln. Ich kann auch die Hornhautuntersuchungen auf Hornhautdicke und Hornhautregularität und ich kann eigentlich grob eine Empfehlung abgeben, für welche Methode der Patient geeignet ist. Und dann werden natürlich die Risiken besprochen, dann werden auch die Erwartungen des Patienten definiert und natürlich auch das, es wird auch definiert, was wir tatsächlich machen können. Und man kann nicht beim Erstgespräch sofort die Methode auswählen, aber man kann schon eine Richtung andeuten. Die Methode wird erst bei der richtigen Voruntersuchung, die zumindest eine Stunde dauert, festgelegt. Und dann werden auch entsprechende Risiken bezogen auf den Eingriff genauestens erklärt. Und natürlich, was der Patient wissen muss, ist der genaue Ablauf der gesamten Behandlung. Von der Behandlungsplanung über die Operation und wie schaut das mit der Betreuung aus. Und welche Zeiträume sollten eingehalten werden, was sollte getroppt werden. Es geht nur darum, dass wir eine optimale Behandlung für Sie finden. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020